Musik 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 Mein Domomeda ist einfach eine einzigartige Sache das spiegelt irgendwie meine Einstellung wieder was ich erfahren habe, erlebt habe und ich kann es jedem ans Herz legen guckt euch das an, schaut euch die Videos an, die motivieren extrem Musik 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 Ich hab nie wirklich richtig trainiert und ich hatte auch keinen Ansporn und dann bin ich halt auf Mind of a Matter gestoßen und da dachte ich ja man, da habe ich dieses Video Dreams gesehen und das hat Motivation gegeben 100% und dann habe ich alles gegeben ich habe mir die ganzen Videos angeguckt von Hendry jedes einzelne Motivationsvideo und dann bin ich natürlich, als ich gehört habe es gibt ein Camp von Mind of a Matter bin ich sofort hin, ey, wirklich musste ich und dann war ich da die ganzen Leute, alle dasselbe Ziel, alle dieselbe Ambition und wenn alle an einem Strang ziehen ist das viel einfacher und man lernt neue Leute kennen die genauso F***er sind wie einer selbst und dann das ist richtig gut also bei Mind of a Matter es ist wie eine Familie, ne alles gleiche Ziel, alle nett bis zum nächsten Mal Vertraue und glaube es hilft, es heilt die göttliche Kraft!